Man kennt diese Person gar nicht und diese Vorurteile halten viele Leute davon ab, andere Menschen kennenzulernen bzw. sympathisch mit ihnen umzugehen, weil man durch irgendwelche Vorurteile direkt ein negatives Bild hat. Hallo und herzlich willkommen bis zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Mittwoch, das heißt Thema Persönlichkeitsentwicklung ist dran. Heute ist auch der zweite Weihnachtstag, ich hoffe ihr hattet ein paar schöne Tage mit der Familie. Ja, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Heute ein Thema, was meiner Meinung nach wieder sehr wichtig ist, sonst würde ich es auch nicht ansprechen. Und zwar das Thema Vorurteile. Ich habe mir gerade das Buch von einem Kollegen, die 10 Bossgebote, ich meine so heißt es sogar, durchgelesen und da habe ich sehr viele Anreize und Ansätze bekommen zu verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, unter anderem das Thema Vorurteile. Und das ist ein Punkt, den viele von uns immer an eine gewisse Schublade stecken, aber der ist eigentlich viel größer als man denkt. Wenn man jetzt das Thema Vorurteile hört, was denkt man? Man denkt an Rassismus gegenüber, keine Ahnung, irgendwelche ethischen Gruppen gegenüber, meistens ist es so, zwischen Religion, Hautfarbe und Aussehen. Aber Vorurteile sind so viel mehr, wir alle, und ich denke das kann keiner von sich abschreiben, haben Vorurteile gegen alles Mögliche. Gegen alle möglichen Menschen, gegen alle möglichen Eigenschaften. Wir alle haben verschiedene Ansichten von Dingen, weil wir damit aufgewachsen sind, weil wir es so gesehen haben oder weil wir uns selber bis jetzt immer nur begrenzt in diesem Bereich informiert haben und uns damit auskennen. Ich denke, wenn wir einen dicken Menschen auf der Straße sehen, haben wir alle sofort irgendwelche Vorurteile. Wenn wir ein Mädchen mit roten Haaren auf der Straße sehen, haben wir alle Vorurteile. Wenn wir einen Dunkelhäutigen auf der Straße sehen, haben wir Vorurteile. Wenn wir eine Gruppe von Dunkelhäutigen auf der Straße sehen, haben wir wieder andere Vorurteile. Und egal ob positiv oder negativ, es beeinflusst uns immer in unserem Kopf und immer in unserer Umgangsweise mit der jeweiligen Person. Und das ist gerade der Fehler meiner Meinung nach. Ich persönlich habe sogar, ich würde es als Vorurteil bezeichnen, wenn ich einen Namen höre. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ein Kumpel von mir, ja, ich habe ein Mädel kennengelernt, die heißt so und so, dann habe ich direkt automatisch in meinem Kopf ein Mädchen vor Augen, weil ich eventuell schon mal mit diesen Mädchen zu tun habe. Beispielsweise der Name Kevin, der Name Chantal. Das sind Namen, die sind jetzt durchs Internet und durch irgendwelche Medien, durch irgendwelche Filme natürlich mega in den Dreck gezogen worden. Und dadurch hat man automatisch Vorurteile. Und das sind ja nicht nur die beiden Namen. Ich denke, wir haben zu fast jedem Namen unsere Vorurteile bzw. unsere Gedankenströme, die da einfließen. Und meiner Meinung nach sollte man versuchen, auch wenn es extrem schwer ist, wie gesagt, ich habe Vorurteile wie jeder andere meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach sollte man genau da ansetzen und daran arbeiten, dass man diese Vorurteile womöglich aus dem Weg schafft. Beziehungsweise sich erst einen Eindruck wirklich verschafft, bevor man darauf eingeht. Das heißt, wenn man jetzt eine Person neu kennenlernt oder das ist ein Freund von einem Freund, der den mitgebracht hat zu irgendeiner Veranstaltung, dass man ihn nicht direkt in eine Schublade steckt, nur weil er rote Haare hat oder weil er nichts sagt, weil er schüchternd ist. Man kennt diese Person gar nicht und diese Vorurteile halten viele Leute davon ab, andere Menschen kennenzulernen bzw. sympathisch mit ihnen umzugehen, weil man durch irgendwelche Vorurteile direkt ein negatives Bild hat. Ganz besonders ist es auch bei tätowierten Leuten oder bei Leuten mit irgendwelchen Piercings oder so. Ganz viele Leute haben direkt eine negative Einstellung, ohne überhaupt den Hintergrund zu kennen. Ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, die Tattoos haben als Cover-up über ihre Narben, weil sie irgendwelche schweren Verletzungen hatten. Und es ist dann nicht nur so, dass viele Leute sich entweder gar nicht für diese Leute interessieren, weil sie Tattoos haben bzw. direkt eine negative Einstellung haben. Nein, sie haben nicht mal Interesse daran, überhaupt herauszufinden, warum dieses Tattoo beispielsweise an dieser Stelle ist. Meiner Meinung nach sollte man einfach so offen wie möglich damit umgehen. Man kann immer etwas lernen. Es ist immer mega interessant, finde ich persönlich, neue Leute kennenzulernen. Ich frage auch, wenn ich Leute kennenlerne, frage ich immer Fragen, die denken sich wahrscheinlich, was will der von mir, weil ich so interessiert klinge, weil ich es einfach interessant finde. Man kann mega viel lernen, man lernt mega viel über den Menschen an sich, über diese Person, aber auch allgemein darüber. Beispielsweise im Bereich Tattoos, Piercings, was auch immer es gibt, wo viele Leute Vorurteile haben. Oder Leute, die sich die Haare färben. Mädchen, die sich Extensions reinmachen. Und viele Leute denken dann immer direkt negativ oder Mädchen, die sich voll schminken. Aber manchmal hat das ganz andere Ursachen als die Ursachen, die wir uns einreden bzw. die wir so kennen. Und meiner Meinung nach sollte man einfach ein bisschen darauf achten, dass man Leute versucht kennenzulernen bzw. denen entgegenkommt, ohne Vorurteile zu haben. Bei mir beispielsweise ist es auch so, die Bauern haben Vorurteile den Ausländern gegenüber und andersrum genauso. Viele Bauern sagen, oder viele Bauern meiner Meinung nach aus meinem Umfeld haben Angst vor Ausländern bzw. reden immer noch negativ über dieses Thema, weil die Leute einfach in ihren Gruppen bleiben, irgendwo auf dem Land und sich gar nicht mit dem anderen Thema befassen. Genauso sagen dann natürlich auch viele Ausländer, dass die Bauern Nazis sind, was aber auch wiederum Bullshit ist, weil natürlich das immer nur einzelne Personen sind oder immer nur kleine Gruppen. Und wenn man das immer weiter hochpusht und es immer mehr Menschen gibt, die sich auf die eine oder auf die andere Seite stellen, dann ist das meiner Meinung nach eine mega negative Aura, weil man einfach sich auseinanderlebt. Und ich meine, wir sind ja alles Menschen und eine Hautfarbe oder eine Herkunft hat einfach null darüber auszusagen, wie wir sind. Weil spätestens ab dem Erwachsenenalter entwickeln wir uns alle selber und wir sind alle für uns selber verantwortlich. Und ich bin der 200%igen Meinung, dass, wie ich aufgewachsen bin, einen riesen Einfluss darauf hat, wie ich später drauf bin. Aber ab 16, 18 entwickelt man sich auch selber. Und wenn das vernünftige Leute sind, dann werden die sich auch ihr eigenes Bild über die jeweiligen anderen Gruppen machen und sich dann dementsprechend weiterbilden und nicht einfach nur in dieser Gruppe bleiben. Und ja, es gibt sehr viele Menschen, die einfach bei ihrer Ansicht bleiben, mit der sie aufgewachsen sind. Aber genau das ist ja das, was ich auf diesem Kanal ein bisschen entgegenwirken möchte, dass man sich mal ein bisschen einen allgemeineren Überblick verschafft und nicht immer nur diesen einen eingetrichterten Weg geht, den man von seinen Familien oder von seinen Freunden damals mitbekommen hat, sondern, dass man sich und diese ganzen Situationen selber reflektiert, um sich darin weiterzubilden bzw. sich zu entwickeln. Das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Anreiz geben. Wie gesagt, versucht mal bei Leuten, wenn ihr die neu kennenlernt, es ist wirklich interessant, Leute kennenzulernen. Es ist wirklich interessant, Leute näher kennenzulernen und sie nicht aufgrund ihres Aussehens direkt in eine Schublade zu stecken und beiseite zu schieben. Falls dir das Video gefallen hat, lass eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.